ja voll füllen ja einfach ja wir brauchen wirklich lager platz für das essen ja wenn wir den schacht haben im lager den kümmern ich muss ja dann holz erst haben damit wir dinge bauen können essen kommen hier zack und damit den den machen wir mal wachs machen wachs raus machen aus den kindleberries ja das hier jetzt mal kuchen ausmachen ich hab so bock auf das ist noch mal erst dann erst gemacht und jetzt weiß ich das auch salat plus irgendwelche früchte welche früchte zugreifen jetzt noch ok da habe ich wieder habe ich ganz kurz gemütet gehabt ich habe hier salat oder ich will eher erdbeer erdbeer salatwitze ab acht stück doch ja wir gucken ob du erdbeeren hast erdbeeren ich guck mir immer auf mein feld das war voll dumpf der junge dumpf wie dumpf wie dumpf wie die sind jetzt dann wachsen hier das ist super und ja das war wachsen wachsen wachs 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 x salat salatwitze anders jetzt das und da spiceleafs brauchte ich ich bin die also ich mache ich mache gerade tee und ananas und trauben dahinter im haus ja schön dass ich das eigentlich alles noch ansetzen ja lass sie doch wachsen da ich werde das eh dann alles umsetzen auch wenn ich das fette hier hab ja 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 das ich so so das fragst du dich noch ich hab mich das gerade nicht ich bin manchmal so doof ich mal anspann sagte und ich wollte mit der fotzen kopf gold ich habe gold gefunden ja und das ist jetzt würde doch gehen ja das mal wieder ins regal stellen ja mein platz hat kann ich das dann auch da rein stellen ja ich habe mal ins regal gestellt was passt ich brauche eigentlich brauche ich gerade nicht die ganze sonde wachsen lassen muss ich sowieso wir haben ja eh grad keinen platz dafür muss man auswachsen aber drüber nach der jagen ähm ups ups ist im lieferdienst ja schon wieder ein paket ups schon wieder ein paket so ähm komische geflackert von den von den action dinger da nervt voll da kann die gar nicht doch bei mir ja die grafikkarte würde ich sagen äh glaube ich nicht ah fuck die fuck die ich könnte auch eine fuck naaa du bist behindert wir wissen aaa buddel kollege eigentlich hier wenn ich am buddeln buddler der schnauze muss alleine machen laber nicht da warte ich auf fritsch schnauze ach zu sparen keine ahnung wort anders liegt buddel 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 und eine buddel vorrum vrum mhm kein bedd whilst zum besteue somit gewaltig waltig gewaltig gestört weil klatsch die fackel an der wand was die fackel an die wand die bar sind nicht mehr in den wand tic tac tic tac tic tac eisen tic tac tic tac eisen nein ich wäre im verzauberungs table nicht schlecht ja eigentlich schon hätten wir mal diamanten hast du doch wer ich nein wir brauchen nur nur zwei stück ja durch diamanten ich habe nur zehn ok vor allem nur nachher machen die früchte so gemacht ist er auch nicht schwer jetzt hier die bären da ich glaube das war sicher doch muss man bei dir immer klar und ich war immer noch sozial zu dir ja hallo ausgerechnet du jetzt schon wieder gar nichts jeder aus war und das film kann schon viele ist das sie klappt ja das ist klar was denn man mal noch mal wieder aus ob ist das schon wieder auch schon wieder eisen drin löcher wieder in der wand sind erfreulich auch da einfach löcher mal rein wenn wir standard text von den eis bei mir ist so schwarz grau weiß gestreift ich meine standard text von ihrem mann nicht extrem heraus können warum das denn ich wollte mal gucken heute noch was anderes gucken er wird soundpack nur drin gelassen ähm packt wieder vollkommen ab oder mich verkackern hab ich zwei naja ein bisschen ruckert OBS dann oh falscher knapp ich bin zu weit runtergerutscht eben disconnect jetzt habe ich ja 5 PS mehr im shader und ohne texture pack mein gott aber wenn dann nehme ich lieber texture pack rein ja minimalen shader der so ein bisschen entspannt ist oder einfach eine neue grafikkarte neue grafikkarte sowieso mehr entspannter über die ist auch noch was ne komisch haben wir es zeigt wir waren auch noch böcker ja freudig und wie viel ich von deiner seite schon weggemacht habe ja warum weil sonst wird das ja nie fertig ja ja nur noch der Gang dann wird alles ausgekleidet mit keine Holzfarmen hm ja juuu Bommel kloppt vor einem rallye du bist pinnert ich weiß hab ich dich ernsthaft eingeholt hm du aber gerade auch nur eine reihe machst du Vogel ja war schon die ganze Zeit was auch oben hab ich hier mal zwei gemacht und außerdem hast du den weichen Stein den du gerade abbaust ach so jetzt habe ich den weichen Stein ja die bauen sich da unterschiedlich ab naja weiß das war mal ruhig dafür habe ich deine seite oben schon weggemacht ok und nicht frech werden junger man na aber zu was gar nicht wie viel nehmen wir denn jetzt schon auf hm stimmtchen und zwei minuten nach meinem Tacho ok da bin ich schon einige sicher wir haben das Ding ja weggeknüppelt hier naja hm da kann man auf jeden Fall mit weiterarbeiten Holz schön fahren auskleiden findest du ja Holz brauchen wir eh für die ganzen Dinger ok wenn man die aus dem anderen Holz auch alles kräften kann vielleicht wird aber aus Exo Output ne das ist doch egal was im Watt man nimmt ist doch generell egal das ist halt nur mit dem Upgrade ja würde ich halt auch gleich machen mit Upgraden naja das sind halt nur generell Upgrades warte mal ja ja du kannst die halt so groß bauen man muss halt hier Upgrades draufhauen naja aber ist dann jetzt äh wie heißt das nochmal Dwar oder so Dwar ne aber da muss man doch extra entweder man kann ja nicht einfach sagen okay wir nehmen einfach dieses Holz aus dem Dschungel da ja diese komischen grünen Blöcke das ist doch egal ich find die weißen ganz geil Mangrove die Mangrove schon mal gesehen hab das Problem ist das erste Upgrade zu machen da brauchen wir auch nochmal solche Storage Rowers hm die sind dann ja egal in welcher Farbe ne die 2x2 brauchen wir dann dafür ja ja aber die sind ja dann egal in welcher Farbe ach einer reicht auch das ist generell egal welch man da nimmt naja vor allem ist ja das Template ne ja ja genau da ist ja egal was man für ein Ding braucht aber ich meine jetzt die Dinger und dann nimmt man halt Sticks und Eisen und dann kommt Gold und ach ne man kann das dieses Template gleich zu entweder zu Eisen machen zu Gold machen zu Obsidian, Dias oder so das ist nicht schlecht aber man kann eigentlich gleich auf Redstone upgraden das bringt doch nicht das ist ja nur dass es anzeigt wie viel da drin ist ja und kann man ja trotzdem machen ja aber das bringt ja nicht wie viel da drin ist ja ja Wildspring natürlich heftig viel ne 13x ich weiß nicht wollen wir eigentlich sofort vielleicht auf Obsidian dann gehen auf Obsidian würde ich sagen wenn man so viel aber Dias sieht schon hart ja ja deswegen Verzauberungstisch hier Spitzhacke mit viel Glück absp... hier verzaubern dass wir vielleicht Reficiency draufkriegen und dann den obsidieren ja ja klar zumindest eine Spitzhacke machen eine Diamantspitzhacke so fertig hier ja ne erst mal erst mal jetzt kannst du mir mal zeigen wo die Höhle ist ja aber das wollte ich grad sagen ja doch wir müssen ja mal pennen gehen das müssen wir doch gar nicht wo ist der kleine Pisser ach nö 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 mit nö 이걸 mica es ausgewöfen ist alle das stinklau nö 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 dasället da steht sam nö nö Hehehe Da will pellen Vorsichtig Da ist die Schlucht schon Aber die ist ja auch nicht ganz unterm Haus, ne? Ja nö, aber das ist doch generell egal Hinter die Skelett! Hinter die Skelett! Aha Das ist generell egal Ja, wie kann man schon Man kann ja die Leitung dementsprechend hinziehen Ist das die Schlucht, wo wir schon mal drin waren? Also von der anderen Seite? Nö Ohje Oh, hier schleifst Irgendwie bringt der Shader grad mein FPS generell rumzuspacken Ja, ist normal Das ist normal da ein bisschen rumspacken Ja, aber so extrem bei mir grad Dann schleim Ja, wenn ich jetzt gucke Was ist irgendwo da oben? Ich bin wieder hier hoch, da Ähm Kannst du mal runter buddeln? Auf irgendeiner Höhe? Einen Moment mal Was? Würde du da irgendwas machst Die Naht noch scheinbar aus Ja 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 Kann auch nicht viel bringen Weil Ja, dann kann ich von oben aber gucken, wo das ist Ich buddel einfach ganz vorm Haus, wenn du auf das Haus zuguckst Ganz hinten links in der Ecke einmal runter Sieht mich nicht Und wenn ich deinen Namen Ich seh deinen Namen, guck mal Guck mal Guck mal in Richtung hinter dir glaub ich ist es Ich bin schon oben Deswegen Ich bin schon oben Guck mal in Richtung Guck mal in Richtung Guck mal in Richtung Guck mal in Richtung Hier hinten beginnt die Schlucht Zumindest hier eine Ecke da jetzt mal gucken wie weit das zum haus ist das ist nicht weit zum haus doch mal doch auf